Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf unserem Beamten-Test-Vorbereitung-YouTube-Kanal. Mein Name ist Lukas Weigerstorfer, ich bin Diplom-Verwaltungswirt und heute sprechen wir über den Einstellungstest im mittleren Dienst. Wir werden uns in diesem Video einigen sehr wichtigen Fragen stellen. Zum einen der Frage, wer muss hier überhaupt teilnehmen? Wo kann ich mich bewerben? Was wird in diesem Einstellungstest gefragt? Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Und Frage Nummer 5, was passiert eigentlich nach diesem Einstellungstest? All diese Fragen werden wir in diesem Video beantworten. Wenn du Bewerberin oder Bewerber für eine Einstellung im mittleren Dienst bist, dann ist das heutige Video genau das Richtige für dich. Wir werden in diesem Video alle wichtigen Informationen abklären. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß und viel Erfolg mit diesem Video. Beginnen wir mit unserer Frage Nummer 1, wer muss eigentlich am Einstellungstest im mittleren Dienst teilnehmen? Nun ja, zuerst einmal muss man sagen, dass dieser Einstellungstest sowohl in der kommunalen Verwaltung, also bei Städten, bei Gemeinden stattfindet, aber diesen Einstellungstest gibt es auch bei staatlichen Behörden. Das heißt zum Beispiel bei einem staatlichen Landratsamt oder bei einer Bezirksregierung. Wenn du also eine Ausbildung machst, eine Ausbildung zur Verwaltungswirtin, Verwaltungswirt oder auch zum Verwaltungswirt, Verwaltungswirtin in der kommunalen Verwaltung, dann wirst du um diesen Einstellungstest nicht herumkommen. Das heißt alle Bewerberinnen und Bewerber in der zweiten Qualifikationsebene im früheren mittleren Dienst. Alle diese Personen müssen diesen Einstellungstest bewältigen. Nachdem die Bewerbungsunterlagen eingereicht wurden, wird dir eine Einladung zu diesem Test zugeschickt. Allerdings ist die Voraussetzung dafür, dass deine Bewerbungsunterlagen überzeugen konnten. Das heißt nur, wer dementsprechend gute Unterlagen vorweisen kann, ein ansprechendes Anschreiben, einen strukturierten Lebenslauf, wenn die entsprechenden Noten vorgewiesen werden können. Wenn ihr wissen möchtet, welche Schulnoten wichtig sind für die Verwaltung, dann seht euch gerne hier oben dieses Video an. Da sprechen wir auch über Schulnoten. Also das ist zu diesem Punkt zu sagen, alle Bewerberinnen und Bewerber im mittleren Dienst müssen an diesem Einstellungstest teilnehmen. Insbesondere darunter fallen in der allgemeinen Verwaltung die Verwaltungswirtinnen und Verwaltungswirte und in der Finanzverwaltung die Finanzwirtinnen und Finanzwirte. Das wäre Frage Nummer 1. Frage Nummer 2. Wo kann ich mich denn bewerben? Wir haben schon in Frage 1 darüber gesprochen. Es sind zum einen also kommunale Verwaltungen, Stadtverwaltungen und zum anderen staatliche Behörden, Landratsämter, Bezirksregierungen. Das sind in der Regel die Behörden, die am meisten einstellen. Auch im mittleren Dienst hier die Ausbildung zum Verwaltungswirt, zur Verwaltungswirtin ist da die Ausbildung Nummer 1, die hier am häufigsten angeboten wird. Wenn du dich also bewerben möchtest, dann hast du verschiedene Möglichkeiten. Du kannst dich in der kommunalen Verwaltung bewerben, das heißt bei einer Stadt, wenn du zum Beispiel bei dir in deinem Umkreis nachsiehst und du siehst dir etwas größere Städte an. Ab 10.000, 20.000 Einwohnern, das sind schon Verwaltungen in einer Größe, da werden auch immer wieder Leute ausgebildet. Je größer die Stadt, desto wahrscheinlicher ist es, dass auch in deinem Jahr Menschen in mittleren Dienst ausgebildet werden. Und größere Städte, wenn wir bei Großstädten sind wie Düsseldorf, Köln, Berlin, Hamburg, München, Stuttgart und so weiter, da werden jedes Jahr Dutzende Personen im mittleren Dienst ausgebildet. Das heißt, je nachdem wie groß diese kommunale Verwaltung ist, werden unterschiedlich viele Menschen ausgebildet und du kannst dich darin bewerben. Aber es lohnt sich auch einmal in der Gemeinderegion nachzusehen, also kleinere Städte, auch hier kann man sich bewerben, wenn dementsprechende Ausbildungen ausgeschrieben sind. Neben dem kommunalen Bereich haben wir ja den staatlichen Bereich, hier einfach dein Landratsamt oder die Regierung deines Bezirks, in dem du lebst. Auch hier werden in staatlichen Stellen in mittleren Dienst Personen ausgebildet. Das wäre Frage Nummer zwei. Frage Nummer drei, was wird denn in diesem Einstellungstest gefragt? Die Ausbildung, die später auf dich wartet, ist eine Ausbildung aus den Bereichen Recht. Recht, da gehören auch zum Teil Sozialwissenschaften mit dazu und in dieser Ausbildung wird auch Verwaltungs-Betriebswirtschaftslehre geprüft. Weil Recht hier ein wichtiger Faktor ist, ist deutsche Sprache im Einstellungstest ein großer Prüfungsteil. Das heißt, verschiedene Übungen zu Grammatik und Rechtschreibung. Man möchte sehen, ob ihr konkrete Rechtschreibung beherrscht, ob ihr Satzzeichen beherrscht, ob ihr in ganzen deutschen Sätzen formulieren könnt, Texte verstehen könnt und auswerten könnt, Aufgaben zu Grammatik und Rechtschreibung. Das ist der Teil deutscher Sprache. Dann haben wir auch Mathematik und logisches Denken, Zahlenreihen und Buchstabenreihen. Auch etwas räumliches Denken kann da mit reinspielen in diesen Test. Und wir haben eben diesen Teil Allgemeinbildung. Allgemeinbildung, da müsst ihr auch damit rechnen, dass zu der jeweiligen Behörde etwas gefragt wird. Wenn ihr also den Test bei einer Stadtverwaltung macht, dann sieht euch zum Beispiel unsere Stadtverwaltung Testtrainer an. Dort haben wir genau solche Fragen, die auch in diesen Prüfungen abgefragt werden. Das heißt, konkrete Fragen zu der Stadt, bei der du dich bewirbst. Das ist hier sehr wertvoll, denn gerade in der kommunalen Verwaltung werden hier Fragen dazu gestellt. Das kann auch übrigens im Vorstellungsgespräch der Fall sein. Das heißt, das sind diese Prüfungsteile in diesem Einstellungstest. Wenn du dich auf deinen Einstellungstest im mittleren Dienst vorbereiten möchtest, dann sieh dir sehr gerne unsere Online-Testtrainer für den mittleren Dienst an. Hier findest du auch alle Aufgaben, die relevant sind für diesen Einstellungstest. Es ist also eine sehr gute Möglichkeit, um sich zielgerichtet auf diese Auswahlprüfung vorzubereiten. Wenn du also ernsthaftes Interesse hast an einer Ausbildung in der Verwaltung, dann sieh dir gerne den ersten Link in unserer Videobeschreibung an. Das war auch schon gleich unsere vierte Frage. Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Wichtig ist, rechtzeitig mit der Vorbereitung zu beginnen. Jeden Tag zum Beispiel eine halbe Stunde oder eine Stunde zu üben. Lieber tägliche Vorbereitung in kleinen Schritten, als wie dass man drei, vier Tage vor dem Einstellungstest versucht, den gesamten Stoff zu lernen. Das scheitert einfach zu oft. Es ist besser, wenn ihr rechtzeitig einige Wochen, zwei Monate vielleicht idealerweise davor beginnt, euch täglich vorzubereiten. Schaufelt euch ein Fenster frei von 30 bis 60 Minuten und übt Aufgaben zu diesem Einstellungstest. Das ist die beste Möglichkeit, sich darauf vorzubereiten. Realistische Aufgaben, die man täglich übt und dann sieht, dass man auch Fortschritte macht. Das wäre hier mein bester Tipp zu dieser Frage. Außerdem ist es auch immer hilfreich, sich auf dem aktuellen Stand zu halten. Also konkret Tageszeitungen zu lesen, aktuelle Artikel zu Gesellschaft und Politik. Denn gerade im Deutschteil werden sehr gerne Sachtexte abgefragt. Ihr bekommt einen Sachtext und beantwortet dann Fragen zu diesem Sachtext. Und die Themen in diesem Sachtext sind häufig sehr aktuell. Jemand, der belesen ist, der Zeitung liest, der ist hier vielleicht im Vorteil, weil er in diesem Thema schon drin ist. Das wäre es also zu dieser Frage. Die letzte Frage, was passiert nach dem Einstellungstest? Wer ein gutes Ergebnis erzielt, der wird zu einem persönlichen Termin in der Behörde eingeladen. Das ist ein Vorstellungsgespräch. Alternativ gibt es auch Verwaltungen, die Assessment Center durchführen. Wer auch darin besteht, das heißt im Vorstellungsgespräch überzeugt und wer dann mit seiner Persönlichkeit überzeugt, der hat die Einstellung sicher in der Tasche. Dann bekommt ihr einen Anruf und da sagen sie, Frau Müller, Sie haben uns in Ihrem Einstellungsverfahren überzeugt. Sie haben ein gutes Testergebnis abgeliefert. Sie haben uns auch im Vorstellungsgespräch gut gefallen. Wir würden Sie gerne einstellen. Und das ist dann sozusagen eure Einstellung. Ihr bekommt dann eine Ernennungsurkunde und dann beginnt euer Beamtenverhältnis auf Widerruf. Das heißt, wer diesen Test besteht, der kommt in der Regel in die nächste Stufe des Auswahlverfahrens. Das ist dann ein persönliches Gespräch, ein persönlicher Termin und das ist dann die letzte Stufe. Das sind die wichtigsten Fragen zum Einstellungstest im mittleren Dienst. Wenn ihr weitere Fragen dazu habt, schreibt uns gerne einen Kommentar unter diesem Video. Wenn ihr einen anderen Beruf in der Verwaltung ergreifen möchtet, euch für ein duales Studium oder eine Ausbildung interessiert, dann seht auch sehr gerne auf unserer Website www.beamtentest-vorbereitung.de vorbei. Ich freue mich auf dich im nächsten Video. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.